Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Anni Raipe. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Im letzten Part sind wir im Märchenbuchland angekommen. Und haben die ersten beiden Level gemacht. Und wir haben den Hund schon wieder gesehen. Na, die ganze Zeit. Ich sag, verdammte Hund. Pfeilen mit Seilern. Ja, da sind ein Vogel dran. Sie sind den. Aber hoffentlich ist das nicht irgendwie sowas wie mit den Wäscheleinen. Obwohl auch nicht, ist das doch irgendwie. Weil die Wann sitzt. Also, mit den Vorhängen. Ja, genau. Ja, hier ist Sonny Wäscheleine. Da werden noch ein paar Erinnerungen wach, ne? Das ist schon mal drüber. Oh Gott, das ist echt zu machen. Nur ein bisschen anders. Ja, nur ein bisschen anders. Das ist keine Wäscheleine, sondern einfach nur eine Liane. Oder beziehungsweise ein Seilist. Was hast du gerade angestellt? Hast du halt kaputt gemacht? Nein, ich mach doch lieber kaputt. Stimmt gar nicht. Lüge. Lüge. Oh Gott, das ist doch ungesiegbar. Au. Geh runter von mir. Nee, warte. Jetzt rach mich. Boah, du Arschloch. Ich war eigentlich nur der Dunel getroffen. Aber so geht's auch. Das nennt man Rache. Das nennt man Karma. Ja. Wenn sie Rache und Karma gleichzeitig... Das soll ich damit zu tun als da. Irgendwann. Sie sind überall. Überall, wo wir sind. Und da kommt irgendwie gar keine Benachrichtigung hier. Man denkt, wie in der Allland ist. Man ist einfach in eins. Oh. Äh. Oh. Ich wollte da ganz elegant reinschieben. Au. Da kommen sie aber wieder. Wir sollen erstmal zurückgehen. Ich glaube, da geht's weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn wir gerade hier richtig sind. Wir sollten wissen auch. Okay, Blume. Jo, was geht, Bombi? Haben wir ja alles. Lieber nochmal umgucken. Da. Aha. Da. Da. hier war dann mal bei sieben auf einmal geht man hier einfach mal sterben ich habe mir erreicht ja oder irgendwie herzen drin vielleicht kann man dann abwerfen Nichts. 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 Und nichts. 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 Okay. Warte. Warte. Hier oben ist die Blume. Nee. Warte. Warum nicht? Okay. Okay. Eier. Eier. Yes. Sie müssen ja alles überprüfen. Wir sind alle Möglichkeiten ausschließen. Moment mal. Moment mal. Oh. es ist doch hier nicht umsonst noch niemals in einer wir werfen nein die meister oben warum kann man mal kaputt machen, aber muss man nach oben gehen ja wie zu schieben wie hoch was bin ich froh dass ich dann nicht machen musste und jetzt tragt mich ja gar nichts an dann wird man auch nicht man schon wieder so sammig geräusche irgendwie das müssen wir wirklich noch ein bisschen üben da war er weg verlieren dann musste dabei weg da eigentlich alles wenn jemand anders vor allem sagt was keiner ja ja da hört sich wirklich bald an jetzt werden ganz oben markt level nach mag es nicht ja auch nicht ich habe diese vögel am schnäbel den vögel nein nein und mann wo starten war schon so starten wie ich hoffe ja vom letzten check point aber warte mal sehr weit entfernt ja nein wenn man checkt man doch erst mal gemacht so weit war er nicht weg ja 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 ein wesenstod bleiben wenn man die einmal da muss ich irgendwie auch wieder an wo die wird denken unser taktische sterben ja hätten wir vielleicht hier nutzen sollen ja irgendwie war bei selbst ja wie hier also taktische sterben hat ja ich sagte da erwartet kinder gedacht denkt ihr wie wir sterben hier zum spaß zwei wolken an einem ja hier hier unten die herzen ist glaube ich nicht behalten auf dem weg nach oben ne ich glaube auch nicht und ich glaube wir müssen auch noch mal ganz nach oben dann hey spring rüber achse hehehe was ist das haha nur jetzt aber ab zum checkpoint ja da war das 20 ist ja alles gut nein Ich habe ihn getroffen Ich habe ihn getroffen Ich habe ihn getroffen wir sind schon fast am ziel das vogel mir bekomme ich herzen wenn ich auf die reise wenn ich nicht voll ab eine mit eine blume noch ein bisschen gehen wir haben es geschafft ja war auch ein kack level ich mache ich dann mochte ich nicht wir müssen das noch mal machen ja mag es nicht minuten haben wir nein nein aber lassen es unser geld reinwerfen ja schau mit ja rosa kaffeesahne blaue wolle hey wolle karierte windmühle kopfgick minz makaron eine makrone ziel spektakel mit makel okay bla 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 auf bla 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 abraxas die kennt man sie sind ja an sie sind ja an sie ist Na, nein. Na. Na, los, seh die Naden. Hallo. Ähh, jetzt noch mal weiter runter? Na. Oh, ja, 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 ja. Oh, doch. Wie ist denn los? Ja, das ist noch schön. Das ist doch schön. Ja, schön. oh was mhm hey warte nein doch nein doch ja sprich auf mich hat's nicht gemacht ach boah 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 ja ich verstehe es nicht ich würde sagen gehen wir mal wieder zurück aber natürlich sind wir erst in rechten natürlich es erwartet ihr von uns wir mussten dran glauben die sind aus joshis island so heißen die die heißen so und dann gibt es noch einen ganz großen vogel der in peper maria auf der reise don raphael wirklich ja da ist einfach der antwort ist ein dass so einer nur halt in riesig er hat dann erhalten wir müssen runter aber noch nicht so schnell nein warum war ich nicht gemacht ich habe eine ich habe wegen getroffen ich weiß nicht keine ahnung ich hätte mal aussehen wie die herzen das ist ein familienfreundliche spiel bitte nicht feiern bitte nicht feiern nein bitte nicht wir haben alle blumen uns fehlen vier münzen aber wir haben 300 münzen alle blumen und alle herzen naja gut ja gut würden wir sagen der bad ist glaube ich schon lang genug da schon wieder wir haben kein geld wir können noch wir sagen wir die nummer eben ein geld und sogar zwei rote wer hätte das gedacht das ist unser neuer haskechner ja vollständig gut dann geht es beim nächsten mal weiter es heißt joshis korte wird ja bis dann und schau schau